Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Der nächste Terra Titan Raid wurde heute angekündigt. Endlich gibt es da was Neues. Der letzte war ja sogar Mewtwo. Ist schon eine ganze Weile her, zwei Wochen. Ich hoffe, ihr habt euch alle geholt, das Mewtwo. War relativ schwer, der Raid. Es gab auch keine Solo-Variante. Deswegen gab es von mir auch kein Video zu dem Mewtwo, wie man Solo machen kann, weil es einfach nicht ging. Ich hatte ja in einem Video vorher schon gesagt, dass es auf jeden Fall Mew sein muss, womit ihr spielen müsst. Das war dann, glaube ich, auch das einzige Pokémon, was funktioniert hat. Wir haben es im Stream dann zu dritt geschafft, aber Solo war da leider nicht machbar. Wo ich hier gerade das Blutmond Ursaluna draußen habe, auch noch eine kleine Info für euch. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das bekommt, checkt mal hier oben das Video ab. Blutmond Ursaluna kann euch bestimmt in den nächsten Raids sehr hilfreich sein, weil das wirklich extrem, extrem stark ist. Ihr habt es im Thumbnail ja sowieso schon gesehen. Der nächste Terra Titan Raid wird Hisui Silvaro sein. Und zwar mit dem Terra-Typen Pflanze. Ich schaue mal gerade auf den Post. Der Raid wird stattfinden vom 6. bis zum 8. Oktober. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Und dann nochmal vom 13. bis zum 15. Oktober. Hisui Silvaro. Wir hatten ja schon mal die Baseform Silvaro ohne Hisui. Vor ein paar Wochen, schon Monate ist das her, wo wir Silvaro hatten. Ich denke mal, dass in der nächsten Zeit die nächsten Hisui Pokémon alle dazukommen werden. Ich hoffe ja, dass Hisui Tornupto dann dazukommt. Weil ich selber wenig bis gar kein Arzheus gespielt habe, würde ich mich über Hisui Tornupto sehr freuen. Würde mich mal interessieren, was ihr euch wünscht. Von den ganzen Hisui Pokémon gibt es da eins, was raussteckt, worauf ihr am meisten Bock hättet. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Außerdem kam ja der DLC raus und mit dem DLC auch 100 neue Pokémon für den Pokédex. Deswegen macht euch da auf jeden Fall ready für die nächsten Raids, damit ihr da alle Pokémon zur Verfügung habt, wenn ihr euch neue Raid-Counter machen müsst. Aus dem Stehgreif, wenn es wirklich Terra-Typ-Pflanze ist, wäre vielleicht ein Counter-Scalocroc. Könnte ich mir vorstellen. Mit der versteckten Fähigkeit Unkenntnis und damit Lodalith wird er jede Runde stärker mit Lodalith und das ganze Muschelglocke. Eis fällt raus, weil Silvaro Kampf attacken kann. Vielleicht wird es auch einfach so sein, dass in den nächsten Raids immer Ogapon genommen wird, weil Ogapon ja extrem stark ist. Feuer, Pflanze könnte, glaube ich, sogar richtig gut sein gegen Silvaro. Können wir vorstellen, dass das natürlich Pokémon so intended hat, dass man dann nochmal den DLC kauft, damit man Ogapon bekommt und Ogapon dann der perfekte Counter wird. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus mit Terra-Typ Feuer auf Pflanze. Klingt erstmal richtig. Warten wir mal ab, bis der Raid da ist. Ich mache bestimmt nochmal ein extra Video dazu, wenn der Raid da ist, was ihr da am besten als Counter nehmt. Wenn ihr einen DLC habt, macht euch auf jeden Fall Ogapon mal ready. Ich kann mir vorstellen, dass der gut funktioniert. Ansonsten, Scalocroc habt ihr ja bestimmt sowieso schon. Und dann würde ich sagen, warten wir ab, bis er kommt. Ich freue mich drauf, endlich wieder einen Titan-Raid, wo wir reingrinden können. Würde mich sehr über einen Follow freuen, wenn ihr da nichts verpassen wollt. und ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.